Wird du mit deiner Erfahrung näher zugefahren oder lieber ein bisschen Abstand halten? Das Risiko von Baseballhaugeln ist halt nicht zu unterschätzen. Aber man fährt eigentlich daher, um Donados zu sehen. Man fährt her, um gute Gewitter zu sehen. Donados sind ein Teil davon, schönen Strukturen. So, da hätten wir ein bisschen von Füllen noch was gehabt. Zerrei aber ordentlich, gell? Ja. Das Ding hat, das ist schon verdammt verdächtig. Ja. 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 Ja.